Ich bin gerade zurück von einer Reise auf der MS Europa. Da habe ich das Weihnachts- und Sylvester-Programm mitgestaltet. Ich habe ein singendes Weihnachtsprogramm. Ich habe ein Musical-Programm, das heißt Musical-Kabuff. So viel Musical ist auch nicht gesund. Und ich habe ein Colporto-Programm, das heißt Nichts haut mich um, wo ich Musik von Colporto singe, viel auf Deutsch. Und das spiele ich als seine Frau. Und das spiele ich als seine Frau. Und das spiele ich als ich.